Leute, die Bitcoin Crash Propheten, die sind aktuell wieder maximalst am Zweifeln, denn Bitcoin zeigt sich völlig unbeeindruckt von den News der letzten Tage rund um das Binance Settlement und den Rücktritt vom Binance CEO CZ. Wir brechen nicht nach unten aus der Range hin aus, nein, wir bleiben in der Range, sind aber auf dem Weg zu einem erneuten Jahreshoch. Bitcoin handelt aktuell bei 37.600 US-Dollar und ebenfalls äußert sich JP Morgan zum Binance Settlement, es könnte positive Auswirkungen auf dem Kryptomarkt haben. Plus ein weiteres Bitcoin-Modell zeigt an, der Bitcoin Bullrun könnte tatsächlich jetzt schon direkt vor der Tür stehen. Alles was du dazu wissen musst im heutigen Update-Video, natürlich auch die wichtigsten Preislevel, der weitere Fahrplan hier für Bitcoin. Von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Falls das heutige Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da. Starte jeden Tag bestens vorbereiten mit uns in den Trading Tag und verpasse definitiv keine dieser wichtigen Analysen mehr. Großer Shoutout erneut an die Community. Vielen, vielen Dank für die nächste Abo-Marke. 10.600 US-Dollar. Wir machen direkt weiter. Let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street. Dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Leute, ihr seht es bereits im Hintergrund. Der Kryptomarkt zeigt sich völlig unerschüttert von den News der letzten Tage. Wir sehen jede Menge Kurssteigerungen, vor allem in den Altcoins, aber auch Bitcoin zieht weiter an. Wir sehen zwar diesen kurzen Rücksetzer aufgrund der Veröffentlichung dieser Nachricht. Nichtsdestotrotz haben wir unser markantes Tief bei 34.800 US-Dollar nicht nach unten hin brechen können und somit natürlich auch keinen Bruch der Markt-Trendstruktur bekommen. Wir befinden uns weiterhin innerhalb dieser markanten Range zwischen knapp 35.500 US-Dollar und knapp 38.000 US-Dollar und damit ist auch weiterhin der Aufwärtstrend intakt. Wir sind gerade sogar dabei, erneut das letzte Jahreshoch bei 37.89 US-Dollar anzutesten. Werden wir es brechen? Darüber werden wir jetzt sprechen. Aber lasst uns erst einmal bitte über folgende Nachricht von JP Morgan sprechen, denn die Kollegen äußern sich, das Binance-Settlement hat positive Auswirkungen auf den Kryptomarkt, denn es eliminiert das potenzielle systematische Risiko eines Kollapses. Und das ist das markante, Leute. In der Anklage bzw. im Settlement ist lediglich, in Anführungsstrichen lediglich, ich weiß, irgendjemand wird das jetzt wieder auffassen, wie er möchte, aber lediglich die Anschuldigung und die Bestätigung von CC hier gegen das Anti-Geldwäschegesetz zu verstoßen oder verstoßen zu haben. Es ist aber nicht davon die Rede, wie bei FTX zum Beispiel, Kundengelder veruntreut zu haben oder irgendeine Ansicht bzw. ein Anzeichen darauf, dass Binance hier kurz vor einem Kollaps steht. Das sind positive Nachrichten, Leute, denn die Crash-Propheten, die waren sehr, sehr laut rund um Binance und haben immer wieder diesen Kollaps, sage ich mal, hervorgesehen, dieses Black Swan Event ins, sage ich mal, Leben gerufen, obwohl es letzten Endes nicht predictable ist, so ein Black Swan Event. Jetzt haben wir hier soweit erst einmal diese Nachricht reinbekommen und das, so wie JP Morgan sagt, ist aus meiner Sicht tatsächlich auch eine positive Nachricht, die wir mit diesem Settlement reinbekommen haben. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit der Chart-Analyse und Kursprognose zu Bitcoin, zwei sehr, sehr interessante Beobachtungen. Erstens, Leute, wenn wir uns einmal den Bitcoin-Preis hier auf Binance oder anderen Börsen anschauen, liegen wir bei knapp 37.500 US-Dollar. Wenn wir uns aber hingegen den Bitcoin-CME-Futures-Chart anschauen, da, wo die institutionellen Anleger primär Bitcoin handeln, sehen wir, dass wir hier aktuell bei 38.415 US-Dollar liegen, dementsprechend fast 1.000 US-Dollar überhalb des aktuellen Bitcoin-Spot-Kurses. Das sind Anzeichen darauf, die Nachfrage bei den Institutionen über die CME-Börse in Chicago ist aktuell derartig groß, dass wir hier eine klare Preisdifferenz identifizieren können. Erst einmal ein positives Zeichen, denn das stellt noch einmal die klare Nachfrage der institutionellen Anleger dar. Und zweitens, ebenfalls eine weitere wichtige Beobachtung von CryptoCon, die aber, muss ich direkt vorab sagen, erst einmal unseren Zeitplan widersprechen würde, den wir noch einmal explizit aufgestellt haben, hier vor drei Tagen. Einer der meistgeklickten Videos, falls du es nicht gesehen hast, sollst du dir unbedingt dieses Video anschauen, für dich einmal kurz eingeblendet. Da ist soweit erst einmal ganz klar dargelegt, die Bitcoin-Halving-Zyklus-Theorie und was das letzten Endes mit dem Timing, dem Allzeithoch und weiteren Kurszielen zu bedeuten hat. Schau es dir unbedingt an, denn dann wirst du jetzt auch verstehen, was dieser signifikante Unterschied zu folgendem Modell ist. Denn, wenn wir uns einmal hier den Ichimoku-Oscillator in der Wochenchart anschauen, dann gibt CryptoCon soweit erst einmal bekannt. Wir haben jetzt mit diesem letzten signifikanten Push an die 38.000 US-Dollar eine sehr interessante Marke innerhalb dieses Oszillators erreicht, nämlich die Oberkante dieses Oszillators hier mit dem grünen Pfeil dargestellt, das jetzt im November 2023 hier auch noch einmal mit dieser roten Linie nach oben hin, sage ich mal, verlängert. Schaut euch an, was in der Vergangenheit der Fall war. Im August 2020 haben wir ebenfalls das erste Mal hier wieder die Oberkante dieses Oszillators angetestet. Und was folgte danach, Leute? Danach folgte nach oder binnen neun Monaten ein exponentieller Anstieg hier von Bitcoin. Wir haben das erste Hoch im April 2021 danach erreicht, binnen neun Monaten, ehe es noch einmal zum Rücksetzer kam, und dann zum nächsten Push, das nächste Allzeithoch im November 2021. Jetzt schauen wir uns dann ebenfalls an, wann ist es davon noch einmal passiert? Wir haben hier ganz knapp diesen Oszillator verfehlt, also die Oberkante. Es ist danach noch einmal zum Rücksetzer gekommen. Wir haben hier die Oberkante im Mai 2017 erreicht, und auch danach kam es noch einmal zu einem exponentiellen Push. Sechs Monate später sehen wir das Cycle top, und auch hier im Dezember 2012 sehen wir das erste Mal das Antesten dieser Oberkante des Oszillators. Was ist danach passiert? Massiver exponentieller Bullrun, Leute. Von daher, nach diesem Modell könnten wir tatsächlich schon sehr, sehr zeitnah den nächsten exponentiellen Uprun sehen. Wir haben darüber gesprochen, ich rechne mit dem exponentiellen Bullrun erst nach dem Halving 2024 im April, und danach dann mit einem neuen Allzeithoch Ende 2024, beziehungsweise den Retest des Allzeithochs 2024. Nach diesem Modell könnte all das tatsächlich ein bisschen eher vonstatten gehen. Gut, springen wir jetzt rüber in den Bitcoin-Shot. Ich würde an dieser Stelle aber natürlich auch deine Meinung zum letzten Modell von Bitcoin interessieren, was ich dir gerade vorgestellt habe. Schreib es mir gerne einmal in die Kommentare, und falls irgendwelche Fragen offen sind zur Analyse bisher oder jetzt auch zur Bitcoin-Analyse, dann schau gerne in unserer kostenlosen Telegram-Gruppe vorbei. Link findest du in der Videobeschreibung. Hast du eine Community von über mittlerweile 2.569 Mitgliedern, Investoren, Trader, mit denen du dich tagtäglich austauschen kannst, oder auch zwischen diesen Videos mit mir in Interaktion treten kannst. Gut, lasst uns weitermachen mit Bitcoin. Wir haben gerade festgehalten, wir haben jetzt den nächsten Uprun von Bitcoin gesehen. Aktuell hier weiterhin das Jahreshoch bei 37.980 US-Dollar. Mit diesem letzten Push von Bitcoin am gestrigen Tag sind wir hoch bis 37.850 US-Dollar geklettert. Jedem sollte soweit erst einmal bewusst sein, was hier lag. Wir haben nämlich auch im gestrigen Update-Video über die interessanten Liqui-Marken gesprochen. Und da haben wir erstens das Medium-Leverage-Short-Level hier rausgenommen, 37.450 US-Dollar, und auch das erste Low-Leverage-Short-Level bei knapp 37.850 US-Dollar. Wir haben aktuell noch Low-Leverage-Shorts über uns liegen bei 37.918 US-Dollar hoch bis 38.253 US-Dollar. Hier auch soweit erst einmal markiert, das markanteste Level bei 38.253 US-Dollar. Wir müssen weiterhin festhalten, der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, Leute. Wir haben stetig höhere Hochs gebildet und auch stetig höhere Tiefs. Das markante aktuelle Hoch, was wir beleuchten, 37.980 US-Dollar, und das markante Tief 34.800 US-Dollar. Sollten wir jetzt zwischenzeitlich ein neues höheres Hoch bilden, also diese Price-Action sehen, würde sich in diesem Fall natürlich auch das Tief ändern. Wir haben dann hier das aktuelle Tief und natürlich auch mit dem höheren Hoch dann hier das aktuelle Höhere Hoch. Aber solange wir das nicht machen, Leute, ist hier nichts verändert an diesem Chartbild. Wir befinden uns weiterhin in dieser markanten Range zwischen diesen beiden Hoch- und Tiefpunkten. Und hier spielt gerade aktuell die Musik. Aktuell wieder am oberen Ende der Range, aktuell auch weiterhin der Aufwärtstrend intakt. Und von daher müssen wir von höheren Kursen ausgehen, Leute. Denn soweit liegt natürlich Liquidität interessant über uns, auch nach Liquid-Leveln. Schauen wir uns einmal hier in den Heatmaps um. So liegt natürlich auch weiterhin in den kleinen Timeframes Liquidität über uns. Hier in der 7-Tages-Chart haben wir mit diesem letzten Up-Run die interessante Marke 37.850 US-Dollar herausgenommen. Ihr seht es aber ebenfalls knapp bei 38.000 US-Dollar. Also exakt an unserem letzten Hoch haben wir weiterhin Liquidität liegen. Jetzt das aber übergeordnet im Monats-Chart sehen wir noch sehr, sehr, sehr viel Liquidität. Ein Liquiditäts-Cluster-Pool startend bei 34.000 US-Dollar geht runter bis knapp 33.000 US-Dollar. Und aus meiner Sicht ist das ein schöner Liquiditäts-Batzen hier für die Market Maker. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Liquidität einfach so liegen lassen. Wie könnte denn jetzt der aktuelle Fahrplan hier von Bitcoin ausschauen? Schauen wir uns das einmal kurz an. Wir haben darüber gesprochen, übergeordnet gibt es noch zwei markante, ultimative Ziele, die wir abzuarbeiten haben. Vor dem Halving. Erstes Zielevel, die 200er Extension. Wir haben die 180 9er jetzt angelaufen. Das ist noch offen innerhalb dieser grünen Struktur. 39.775 US-Dollar. Durchaus möglich, dass wir innerhalb dieser Struktur auch hier weiterhin dieses Zielevel anlaufen. Und vor jedem Halving haben wir auch explizit immer wieder darüber gesprochen. Auch vor allem in dem Bullrun 2024, 2025 Video. Von daher unbedingt da vorbeischauen. Lohnt sich definitiv. Haben wir immer mindestens das 50er, wenn nicht sogar das 61,8er vom Allzeithoch, diesem Abverkauf, erneut angelaufen. Vorm Halving. Terminiert aktuell. Roundabout März, April 2024. Abhängig von der Block Generation Time. Also knapp die Marken. 48.000 US-Dollar, respektive 42.000 US-Dollar. Und das sind natürlich auch weitere Targets für mich vorm Halving. Was mache ich denn jetzt? Kaufe ich gerade aktuell ein? Definitiv nicht, Leute. Wir stehen an den Jahreshoch. Ich kaufe erst wieder nach, wenn wir einen signifikanten Rücksetzer sehen. Können wir davon gerade aktuell ausgehen? Stand jetzt noch nicht. Dementsprechend. Ich habe keinen Need. Beziehungsweise keinen Druck, Leute. Wir konnten in der Vergangenheit wunderschöne Kauflevel nutzen. Wenn du jetzt aber noch gar keine Exposure, noch gar keine Investition in Bitcoin getätigt hast, kann ich mir natürlich deinen Druck gerade vorstellen. Du siehst den Markt einfach wegrennen. Was ist hier das Mittel der Wahl? Mein Mittel der Wahl? Keine Anlageempfehlung. In diesem Fall würde ich anfangen mit dem DCA. Dollar Cost Averaging sukzessive. Tag für Tag, Woche für Woche. Immer wieder eine Branche. 100, 200, 500, 1000 Dollar. Whatever it is, was du investieren möchtest. Auf diesem Dollar Cost Averaging Path Weg. Mach das sukzessive. Jede Woche eine Tranche. Unabhängig davon, wo der Bitcoin Preis steht. So hast du einen schönen Durchschnittspreis, wo du dich positionieren kannst. Und sollte es dann zu diesem signifikanten Drop kommen, hast du auch weiterhin Schießpulver, um diesen Drop dann für dich nutzen zu können. Wie immer zum Abschluss eine kleine Zusammenfassung der heutigen Analyse. Was ist meine Erwartungshaltung? Wie gehe ich weiter vor? First things first, aktuell Seitenlinie für mich in Bitcoin. Ich kaufe weder nach in den Regionen für meinen Spot Investitionsback, noch trade ich aktuell Bitcoin. Wir hatten darüber gesprochen, solange wir in dieser Range gefangen sind, keine klaren Indizien bekommen, halte ich mich hier erst einmal raus. Denn wir haben genügend Altcoin Setup, die wir wunderschön bearbeiten konnten und auch im letzten Video noch einmal darauf eingegangen sind. XRP, Dogecoin und Medic laufen. Wunderschöne Trade Opportunities. Schau da unbedingt in diesen Videos vorbei. Für Bitcoin, was ist jetzt meine Erwartungshaltung konkret? Wir sind weiterhin in einem Aufwärtstrend. Dementsprechend gehe ich auch erst einmal von weiterhin steigenden Kursen aus. Wie könnte ein exakter Fahrplan aussehen? In diesem Fall Angriff des Low Leverage Liquid Levels bzw. der Liquid Level. Die starten bei 37.918 und hochgehen bis 38.253. Dementsprechend hier wieder kurzzeitig aus dieser Range herausgehen, diese Liquidität abgreifen, eine Deviation, ein Fake Out erneut hier erzeugen und dann zurück in die Range. Nach unten hin interessante Level High Leverage Liquid und Medium Leverage Liquid. An den Marken 36.667 US-Dollar runter bis 36.279 US-Dollar. Dementsprechend, wenn der Markt hier hinkommt, sollten wir erst einmal aus diesen Regionen einen Bounce sehen. Und das wäre es soweit erst einmal zu Bitcoin. Allen voran noch einmal folgende Info für den heutigen Tag. Wir haben in den USA Thanksgiving Day. Von daher erst einmal meine US-amerikanische Freunde. Happy Thanksgiving. Ich habe in der Vergangenheit auch in den USA öfter Thanksgiving gefeiert. War immer eine geile Zeit. Aber in diesem Fall sind die Märkte in den USA heute ganztägig geschlossen. Morgen eine vorzeitige Schließung. Von daher auch weniger Liquidität, Volumen hier auf den Märkten vorhanden. Von daher gehe ich auch von wenig Price Action tatsächlich aus. Und das wäre es soweit erst einmal, Leute. Ich hoffe, ich konnte Klarheit reinbringen. Falls ihm so ist, ich Mehrwert stiften konnte, würde ich mir natürlich selber eine positive Wertung freuen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da. Starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns an dem Training-Tag und verpasse definitiv keine dieser wichtigen Analysen mehr. Jetzt einen wunderschönen Donnerstag, Leute. Macht es mal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.